Herzlich willkommen zur Intec Z-Connect. Hier finden Sie Tipps und Tricks, wie Sie die Veranstaltung optimal nutzen, welche zahlreichen Möglichkeiten die Intec Z-Connect Ihnen bietet und wie Sie leicht und einfach Ihr persönliches Programm zusammenstellen können. Die Intec Z-Connect bietet Ihnen folgende Bereiche. Rezeption, Bühne, Sessions, Netzwerken, Expo. In der Rezeption erhalten Sie einen ersten Überblick. Sie finden das gesamte Programm. Interessante Veranstaltungen können Sie gleich in Ihren Kalender eintragen. Außerdem hilft Ihnen der Helpdesk bei Fragen weiter. Auf der rechten Seite können Sie am Chat der Gesamtveranstaltung teilnehmen. Hier finden Sie auch alle registrierten Teilnehmer und können Kontakt aufnehmen. Auf der Bühne findet die Eröffnung der Intec Z-Connect am 2. März um 10 Uhr statt. Im Bereich Sessions finden Sie alle Konferenzen und Vorträge. Sie sehen nur die Sessions, die gerade laufen oder bald starten. Während einer laufenden Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, dem Redner im Chat Fragen zu stellen. In der Expo finden Sie die Aussteller mit ihren digitalen Ständen. Dies können Präsentationen, Filme oder andere digitale Inhalte sein. Mit einem Klick auf Aussteller und Teilnehmer können Sie mit Standbetreuern direkt per Chat oder Videocall Kontakt aufnehmen. Live-Präsentationen erkennen Sie an dem roten Live-Button. Im Bereich Netzwerken werden Sie per Zufallsprinzip mit anderen Messeteilnehmern verbunden. Dazu werden Sie aufgefordert, Bild und Ton anzustellen. Sie können sich connecten und somit virtuelle Visitenkarten austauschen, die Sie später auch nach Veranstaltungsende in Ihrem Profil wiederfinden. Bitte beachten Sie, die Daten werden nur ausgetauscht, wenn beide den Connect-Button drücken. Nach drei Minuten wird das Gespräch automatisch beendet. Ihr Profil verwalten Sie in der oberen rechten Ecke. Über den Flieger gelangen Sie zu Ihren Direct Messages. Die Glocke informiert Sie über Termine oder Einladungen. In Ihrem Account können Sie Ihr Profil bearbeiten und auch im Nachgang der Messe Ihre Kontakte abrufen. Wir haben Ihnen nun die grundlegenden Funktionen und Möglichkeiten des Messetools zur Intec Z-Connect gezeigt und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Messeteilnahme.